Boah, da fällt er auf die Nuss. Meiner auch. Was, Junge? Hast du mich von der Seite angehört? Du musst du dich weg, du Truller. Das ist dein Problem, Sack. Ich hab kein Problem, Mann. Du hast nicht viel Energie, ne? Zentrale, hier ist Division Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Director 51 als Teil der Operation ANSWER, Phase 2. Wer sie auch sind, wir werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was sie haben. Wie kommen sie in meinen Trunk? Wir retten ihnen den Arsch. Aber passen sie auf, dass sie auf keinen schießen, der ihnen helfen will. Ende. Die Operationsbasis sichern gut. Afto, Axel auf lokale JTF-Replätzen. Einheit 43, Vorsicht! Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Ohne auch Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Oster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez zur Flanke. Los, los, los! Okay. Aber wir können die hier flankieren, wenn wir andersrum gehen. Ich geh mal bis zum weißen Wagen schon vor. Dann kann ich hier von hinten nehmen. Dann kann ich hier aussehen. Oh, ich bin hier noch. Ich bin hier von hinten. Ich bin hier von hinten, ich bin hier von hinten. Ich bin hier von hinten. Am Polizia, äh, sitzt da einer. Da. Ah, Kranate. Oh, da kam nur Ganaat angestogen, posicht. Ganaat, ja. Boah, da ist schon wieder so ein Gelber, muss man aufschauen. Oh oh. Oh, die Gelben, die treffen noch voll gut, ne? Die sind ja auch stärker, aber. Ja, das ist mir schon klar. Die Bomben, da bist du, da bist du nicht. Geh mal ein bisschen rechts weiter. Achso, ich dachte, ich soll vorgehen. Nee, ich war hinter dir. Ja komm, Leute, runter. Ich mach Deckung, ich mach Deckung, ich hab keine Deckung. Hier ist euch. Ähm. Gut, Scheiße. Da oben ist der Junge, das ist einer. Okay, ich bin, ah hier, das hier. Okay. Zentrale, die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht, die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Klar, haben wir uns den Arsch gerettet. Wir sind halt die coolen Typen. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir da Sachen. Gucken wir nach draußen mal drum, oder gehen wir gleich rein? So. Oh, da kann man noch was looten, nice. Ui. Runter gefallen. Wo seid ihr denn zum Looten? Ach so, den hab ich schon. Ja, den hab ich schon. Na hier liegt das wenig, ne? Was? Generell liegt hier recht wenig, ne? Aber ich hab da grad... Oh, ich hab ne neue Waffen bekommen. Ich hab relativ viel gelootet. Und du sagst. Schwarzmarkt-Version hab ich ja. Drei oder vier Sachen, ne? Was hab ich da? Boah, ich hab ne P-Militär-Version. Yeah. Wie kann ich denn... Wisst ihr wie man die Waffen-Mods machen kann? Ne, wissen wir nicht. Warte mal. Mod F. Ein Mod wird angeht, in dem man ein Objekt mit Mod-Platz auswählt und F drückt. Ja. Und wie geht das? Gute Frage, ne? Ja. Vielleicht muss man da F drücken dann. Ja, F drücken, dann kommst du rein. Und aber wie komm ich jetzt? Ach. Mod können Kapazität vergrößern und den Nachladen verringern. Ah, okay. Ich hab jetzt ein Schnellwechsel-Magaziner meine M4 gemacht. Hab ich auch gemacht. Ja. Auch gemacht. Die hat fünf Mod-Plätze. Okay. Wo siehst du das? Achso, diese Kästchen. Diese Kästchen da drunter, genau. Äh. Das wäre... Guck mal, jetzt, jetzt, wo wir fertig sind, da ist das Wetter gut, ne? Ja, klar. Hast du die Energie nicht voll? Die Lebensenergie? Ich... was? Was hast du gesagt? Hast du deine Lebensenergie nicht voll? Ne, kann sein. Das weiß ich nicht. Ja. Ich bin soweit. Ihr könnt eure Waffe auch inspizieren, ne? Ich bin soweit. Auswählen und gehdrücken, dann könnt ihr euch hier angucken. Ich verstehe hier nicht, jetzt von am Stottern. Ihr könnt eure Waffe inspizieren, gehdrücken. Ja. Und dann? Und dann? Kannst du hier angucken. Wenn jetzt, ja, das ist ja so eine Standard-Scheiß-Waffe, aber... Wenn du das was cooles findest. Wenn ich gehdrücke, dann hab ich Granate. Ja. Im Inventar-Menü. Im Inventar. Im Inventar. Bamm, 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 bamm. Und dann kommt die Sonnenbrille her. Habe ich ausgerüstet vom Stotter erstellen. Ach, am Anfang direkt, okay. Klar. Okay. Kann ich mich irgendwie regenerieren? Ne. Ja, V gedrückt halten, dann kannst du in so einen Kreis, da kannst du was essen. Ja, dann nutze ich ja so einen Medi-Pack. Ne, nicht Medi-Pack. V kurz ist Medi-Pack und V gedrückt halten kannst du einen Snack essen oder so zum Beispiel. Ah. Boah. Eigentlich müsste dann auch... Das ist die Steuerung. Ja, ich muss grad die Steuerung hier irgendwie... Hä? Wo ist die das denn? Jetzt fisch denn sowas dann. Wie benutze ich das denn dann? Ich denke... Mit der Maus draufdrücken, oder? Was? Ich kann ja nicht drücken. Ich hab ja kein draufdrück-Dingens. Weiß ich nicht, Murat hatte das letzte Mal gemacht beim Testen, ne? Mit dem Baum... Jetzt hast du was gegessen. Ah, jetzt hab ich was gefuttert, okay. Hat man zumindest gehört, aber... Ne, bis Energie wird nicht mehr, ne? Ich hab auch... Ich hab auch so'n Symbol, aber... Moment, tut sich noch nix. Egal, weiter. Gehen wir rein, ne? Was? Sprechen Sie meine Sprache nicht? Okay, Sicherheitsbereich. Oh, ich... Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontamination Stufe gesenkt. Ich bin da reingegangen. Echt zur Links. Äh, Scha, sehen wir uns hier drin nicht mehr? Ich seh dich nicht. Ich seh dich auch nicht. Ich seh euch nämlich auch nicht mehr. Ich geh jetzt mal rein. Habt ihr kein Video? Doch. Jetzt hab ich ein Video, ja. Ich war noch nicht so weit. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemanen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom. Und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Einflügel, medizinische Flügel, Technikflügel folgen den Operationsorientierten Bodenlinien. Dreifeln im Krankenhaus, ja. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Hier, was ist das Lager? Ne, wo sind denn hier die Nachwürfel? Hier, wo wollen wir hin? Wir sind jetzt jeder Einzelne, ne? Ach da, ach da, ach da. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und vorwärter herrschen. Müssen wir's alles alleine machen, ne? Scheiße. Wahrscheinlich. Ne, oder? Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt. Aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Krass aktivieren. Ja, du musst doch da rumlaufen und diese Notrufpreise einschalten. Ja, ja. Ja, gut, das ist ja schnell gemacht. Also ich hab der Dritte jetzt auch schon. Noch gar keins. Sei lau am Eingang treffen, dann geh ich doch schon mal hin zu ihr, ne? Superpreise, super Wagen. Kommen Sie und staunen Sie! Du bist einfach nach den Links gelaufen, nach den... Ja, da wo die Ausrufezeichen sind. Mhm. Und dann musste die... Asia-Troller am Eingang treffen. Aber ich bin grad immer im Waffenhändler verkaufen und Zeug noch. Schürzen Sie Ihren Hintern da draußen, hä? Ah, da ist er! Hallo! Geblatten Lies! Die sieht gut aus, ne? Hey! Hören Sie! Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können. nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus. Auch wenn's nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet hab. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich hab's probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger. Das ist meine Stadt. Wir holen Sie zurück. Wir holen Sie zurück. Lauf! Hey! Sie müssen... Ja! Okay! Okay! Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Ich kann ja auch nichts mehr reißen. Äh... Ne, wir sehen uns immer noch nicht, ne? Ne. Ne, wir sehen uns immer noch nicht, ne? Ne. 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 H guarded mich auch. Ne. ja du musst die drei spackos hier holen ja ja genau aber du hast halt viele nebenmissionen auch noch hier sind nebeneinsätze kämpfe was ist das hier kann man das nicht zusammen machen doch das wäre ich denke wenn wir rausgehen zum beispiel zusammen hier drin anscheinend irgendwie nicht ist aber auch irgendwie blöd dass wir hier drin nicht zusammen sind sollen wir sonst mal rausgehen und gucken ob wir uns draußen wieder sehen wie kann ich das zweite gewehr anlegen wie du das auswählst meinste nein das hab ich gerade eingestellt ich hätte das noch nicht ausgerüstet da weißt du wie es geht ne ja ja hab ich gerade gemacht ok bist schon draußen oder bist noch drinne ne ich bin noch drin was ist denn ne fertigungstation bist du das ding wieder rausgelaufen oder was ne ich bin noch drinne ich hab ja auf dich gewartet du kannst hier selber sachen aufbauen mhm das ist so lauphausen deine mods ja ja aber das eher später das würdest du jetzt nicht können die sicherheitsflüge ist noch offline da musst du ja erst du musst ja dann erstmal die scheiße auseinandernehmen dass du wahrscheinlich erst den kram überhaupt dafür hast ja vermutlich ok ich komm mal raus hat der murat denn jetzt alle rechner schon an ja eigentlich schon man muss zum ausgang kommen dann ist da die nette dame wieder ja das video hab ich schon gesehen achso ja ja du hast die chinesen hast du auch angesehen spielersuche die hab ich gesehen ja ok da bist du doch wieder du homo ja da haben wir so Fenster auf ja spielersuche interessiert mich nicht alles klar ja was wollen wir zuerst machen erstmal so ne hauptmission oder ne hauptmission ne mach mal ne hauptmission vergiss alles was du in den Arzt-Serien gesehen hast während du im Keller deiner Mama an dir rumgespielt hast toll hier seh ich den das nur einen von den Spastis da suchen wenn dir was an deinem Kumpel liegt nimm die Knarre aus meinem Gesicht willst du mir ach so da sind die dann nehmen wir das mal als nächstes ist hier ne die Plünderer haben den Madison Square Garden überfallen JTF und Sarah haben ihn als Feldlazarett genutzt wurden aber überwältigt die Ärzte werden als Geiseln gehalten wir brauchen sie besonders die Leiterin Jessica Candle eine Virologin finden sie sie und bringen sie sie zur Basis dann räumen sie dort auf ich vermute wir müssen sie erst aufräumen oh tack wir brauchen uns in der Basis wer war die hier was soll ich schon sagen ok rein und los aber egal wenn sie das medizinische Personal herbringen geben wir Geleitsschutz da sind Gangster die kommen die Treppe runter hinten die Rolltreppe wo denn? ach da ich glaube da hinten oh jetzt schießt der schon die hätten wir noch schön abschnappen können hier die Pisser die müssen alle sterben oh nachladen war nicht gut ich schieße den den schieße ich ganz aufs Gesichter doch mal sterben ey ok 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 ist tot ok oben ist noch einer der Rolltreppe ok ah da ist er ok was ist er denn? oh der ist immer noch oben nee oben wenn sie ihr Zugang zum Sicherheitssystem schaffen könnte ich Candels Aufenthaltsort finden wie er hier hängt guck mal wie er da hängt oder hängt er bei dir nicht am Tresen hier der Typ doch 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 der hängt da so rum soll man unten mal rum noch hoffen? oder geht er schon um? ok wir verpassen den ganzen Loot ey Loot verpasst du nicht na hier ist nix ne boah Infusionsflaschen geil ich wollte euch gerade rufen aber ich hör an den komm lass es mal wegen mich? ja wegen den Infusionsflaschen so ey komm mal her das ist voll cool aber hab ich dann gelassen ok ich benutze die Tastatur mach dat oh das erste mal richtig arbeiten will mal sehen was ich finde neben sie die Bilder der Überwachungskameras Candle und ihr Stab werden anscheinend gezwungen ihre Verwundeten zu behandeln nur deshalb sind sie noch am Leben Pornos Pornos guck mal hier oben her was der macht mensch wie die alte sau ok ok toll ich wollte gerade in Porno gucken da war ein Pornos auf dem Monitor und du schießt gegen den Rechner ist kaputt ist das hier äh Nui van Gaal? ne doch nicht hier ist was hier ist was hier ist was hier ist was naja für mich ist das nix oder du hast das schon geöffnet scheiße hat der hängen geblieben seid ihr noch da? warum läuft der Dill da so? ach weiß ich noch das war gerade ein mega leck hier ja du leckst die ganze Zeit im Teamspeak lecker ne ihr habt gerade beide auch da gestanden da ging gerade nix wir haben auch da gestanden jetzt geht die noch jetzt geht die noch du warst ja auch online du warst ja auch online online haha geil nice ne beim Teamspeak hab ich keine Meldung bekommen also das weiß ich nicht ne vom Teamspeak nicht aber vom Spiel aber beim Teamspeak leckst du die ganze Zeit schon ja aber wir ignorieren das genau wir ignorieren das gibt das nix geh nach oben sicher? da hast n Rucksack da gibt's nix du lügst doch doch Energie Müsli-Riegel wie hast du den denn jetzt eben gegessen den Müsli-Riegel ähm ähm keine Ahnung der war gut mit V irgendwas und da musst du dann da kannst du 1 und 5 oder so drücken da musst du mal in der Steuerung nachdenken ach so ja stimmt das ist das ist einfacher als mit V weil du siehst da nichts an ich ja das ist voll behindert oh guck mal hier Gabelstapler und Invasionsflaschen da kann man noch ein richtig was geiles draus bauen ja und jetzt gehst du weiter das A-Team jetzt hier wäre die würden ja ein geiles da sind jede Menge von den Typen aber wenn sie die Deckung nutzen können sie sie ohne Gefahr ausschalten ähm